Besser schnell oder fast ein scharfes Messer. Wir sind Einzelgänger. Doch das ist nicht der einzige Weg. Wir wissen, dass ein Einsatztrupp einen Unterschied macht. Manche von uns berührten die Leere. Sie wird ein Teil von uns. Und dann nennen wir uns Nachtpirscher. Schlage aus den Schatten zu und fessle sie. Sie dürfen dich nie kommen sehen. Mal gucken, wie es damit ist zu tun. Oh. Der Bogen eines Nachtpirschers hinterlässt sehr präzise Narben. Faszinierend. Falls mich jemand hört. Ich glaube, ich bin nicht mehr auf Venus. Sieht mir sehr nach dem schwarzen Garten aus. Tevis, bist du das? Kate. Gut, dass ich deinen Atem nicht riechen kann. Hör zu, ich bin durchs Tor gegangen. Mein Geist befindet sich noch auf der anderen Seite. Na, er hat gute Laune. Schau, ob du seinen Geist fetten kannst. Falls Sevis im Garten gefangen ist, braucht er deine Helfer. Oh, die Plätze. Fertig. Und los. Ich wusste es. Ja, tut es schön, wenn du dich liebst. Und wie gefällt dir bisher, die Mission? Oh, okay. Oh Gott. da wird viel geschossen bist du okay alles gut ich weiß woher diese übertragung stammt von einem toten geist hoffentlich ist gesund und munter wir können ihn durch das tor im tal der könige herausbringen auf geht's dann dann ich denke ich habe versucht es zu erreichen doch er antwortet nicht entweder hat er alle hände voll zu tun oder der typ schuldet mir noch eine menge glimmer deswegen überlebt er besser lebendig oder was auch immer wir müssen tab es finden es gibt nicht viele nachtwischer wir können es uns also nicht leisten seine verbindung mit der lehrer an die wegs zu verlieren finde ihn die wegs dürfen ihn nicht in die hände bekommen so so Das war's. Tavis gibt es nicht mehr doch das Licht in seinem Bogen leuchtet nicht ewig Niminandig sieht cool aus ne? Weißt du, ich war dabei, als ein Bogen aufgelaufen hat Hast du ihn? Wir machen es Versteh Sie müssen bezahlen Leute, der Bogen ist ja easy zu steuern Den sagst du schwer? Also bisher ist er easy zu wirken Was ist das? 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 ersten mal diesen bogen aufgehoben hat hast du ihn wir machen sie müssen bezahlen das war echt komisch echt seltsam hier also also Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sieht man, du stehst mir auf dem Jäger. Du bist auch schon geworden. Du bist kein Jägermeister, du bist...